Hallo Frau Schäfer. Hallo, grüße Sie. Hallo. Was führt Sie denn her? Ich habe halt diese Flecken auf der Haut und sie stören mich halt ganz besonders. Zur Behandlung der Hyperpigmentierung. Da haben wir einen Laser, dessen Eigennamen Frexel ist. Und das ist ein Laser, der mehrere Optionen hat. Die erste Option ist, dass er die Haut glatter macht und geschmeidiger die Poren zusammenzieht. Also ganz, ganz kleine Fältchen ein bisschen ebener macht. Und die zweite Länge, deshalb heißt er auch Frexel Dual Laser, ist eine Wellenlänge, die nur die Flecken tangiert. Ja, das hört sich gut an. Man braucht meist zwei Behandlungen. Man sieht schon nach der ersten Behandlung einen guten Erfolg, aber vielleicht, wenn man zwei macht, sieht man noch einen besseren Erfolg. Das wäre vielleicht was für die Pigmentierung und für die Glättung der Haut, um wieder frischer auszusehen. Gut. Das wäre vielleicht. Untertitelung des ZDF, 2020